hallo und herzlich willkommen in diesem video will ich euch ein kleines update geben vor kurzem sind die dsa module ja mit einem update versehen worden die haben alle eine neue version bekommen und es gibt in den grund regelwerk in den core rules eine kleine nette zusatzfunktion beziehungsweise einige zusatz dinge die dazu gekommen sind es ist eine handvoll also wirklich fünf ich will sie trotzdem einmal erwähnen weil drei davon richtig spannend und interessant sind und zwar findet ihr nach dem update auf die version 230 ist es findet ihr in den kompendien jetzt hier unten bei makros für dsa 5 core einige makros die ihr hinzubekommen das sind diese fünf journalbrowser light inside master menu reset request check und request group check die könnt ihr euch per drag and drop hier in eure makro leiste ziehen wenn ihr das machen wenn ihr das wollt ich habe sie jetzt auf meine leiste eingezogen denn sie ersetzen mir richtig viel ich hatte vorher request checks für verschiedene talente sinneschärfe verbergen da konnte ich dann draufklicken und es wurde in den chat der request gepostet dadurch ist diese liste aber relativ voll der request check das makro was ihr aus dem modul bekommt bietet euch jetzt ein kleines tooltipp wo ihr hier auch über die verwendung von tasten also von buchstaben schnell zu einem talent springen könnt hier noch den modifikator angeben und ihr postet direkt in den chat das talent das heißt ihr habt ein makro hier unten mit dem ihr sinneschefs oder klassiker relativ schnell verschiedene proben anfordern könnt finde ich sehr cool sparten hier unten platz die ich zum beispiel hier für angriffe verteidigung der gegner oder andere sachen also natürlich habe ich hier mehr leisten aber alles in einer leistung ist schon ganz nett dasselbe noch mal mit dem mit dem group check kann hier auch ganz einfach eine gruppen probe auslösen also auch hier nur ein makro für alles ja das nächste hatte ich glaube ich im update schon mal angeteased ich will es einmal kurz zeigen ihr könnt hier licht also light inside anklicken dann kriegt ihr dieses licht und sichtmenü und dort könnt ihr ich will mal ganz kurz figur sicht aktivieren ja unbeschränkt brauche ich nicht dunkelheitswert setzen wir auch mal ein bisschen höher so ich habe jetzt bei diesem token den ich markiert habe eine sicht also der hat 0 0 eingestellt ich kann hier jetzt einfach auf dunkel sicht klicken und es wird dem token hier eine sicht von 8 0 eingestellt dunkel sicht 2 ist dann 16 0 anfänger sicht ist eine sicht von 10 20 die heißt anfänger sicht bzw das ist die sicht die standardmäßig bei der drachenritter box zum beispiel im abenteuer verwendet wird oder aber im introduction adventure deshalb hier könnt ihr relativ schnell die basis sich der token wieder einstellen damit die karten sich auch so verhalten wie es der abenteuer entwickler gedacht hat verwendet ihr diese wie ich es meistens tut da müsst ihr an den karten oft noch was tun machen jede dieser sichten könnt ihr auch ihr seht es wird nicht live aktualisiert also ihr müsst jedes mal wieder in sicht um das neueste zu sehen könnt ihr hier durch plus minus um einen wert erhöhen also auch da könnt ihr individuell sagen okay dunkel sich das acht das ist mir zu viel ich muss hier noch mal ins minus gehen wobei das hat ein kleines problem wenn dunkel sicht hat 80 gehe ich ins minus habe ich hier bei helle sicht einen wert von minus 1 minus 1 negative werte bei helle sicht oder dämmersicht oder auch bei lichtquellen negative werte erzeugen dunkle lichtkreise deshalb müsst ihr hier noch mal beigehen auf null setzen dann habt ihr aber einen weniger um das schnell zu machen ich persönlich verwende den standard hier dasselbe noch mal bei licht ich gebe mal keine sicht ich habe kein licht jetzt möchte ich eine fackel entzünden ich habe eine fackel die kerze ist etwas kleiner dann habe ich eine öllampe wenn petrol in verschiedenen größen oder aber ein flimmflamm in verschiedenen wirkungsstufen kleine warnungen stufe 6 ja ist sehr stark es ist aber auch im zauber als nahezu sonnenlicht glaube ich angegeben ich werde das jetzt mal kurz aktivieren und dann schnell wieder deaktivieren aber ihr seht da brennt es euch den monitor weg auch hier habt ihr plus minus noch mal um das zu steuern soviel zu sicht und licht dann gibt es noch mal ein makro für den journal browser und fürs master menu fragt euch sicher warum denn die sind ja auch hier zu erreichen aber ich persönlich vergesse es hier ganz gerne und finde es ganz cool diese makro leisten sind ja nicht nur über die maus zu aktivieren sondern ich kann einfach die 9 oder 0 drücken und bin dann da wohin ich möchte wenn ich mir das angewöhne geht das relativ schnell immer über die 0 zum beispiel oder die 1 wenn ich es euch noch ganz vorne liegt das master menu genauso über die 1 die probe anfordern also hier unten den makros schon ziemlich cool ja soviel dazu habt ihr fragen oder anmerkungen dann schreibt es mir in die kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten mal bis zum nächsten mal